Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich von so einem Handy hier das Panzerglas bzw. auch schon eine alte Schutzfolie richtig entfernen kann, damit der Bildschirm darunter einfach nicht kaputt geht. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zum richtigen Entfernen ist unser erstes Ziel, dass wir einmal Luft zwischen unser Panzerglas und unserem Handybildschirm bekommen. Also am besten am Anfang einfach mal mit dem normalen Fingernagel hier probieren, dass wir an einer Ecke hier zum Beispiel zwischen diese zwei Schichten kommen und etwas Luft darunter bringen. Falls es mit dem Fingernagel bei dir jetzt nicht funktionieren sollte, gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Entweder wir verwenden dann einen ganz normalen Zahnstocher, mit dem geht es normalerweise auch relativ gut und wenn das auch nicht klappen sollte, dann am besten mal einen speziellen Serranfeldschrauber aus deiner Küche hernehmen. Denn damit können wir auch ganz vorsichtig hier einmal darunter gelangen. Wie du sehen kannst, funktioniert das jetzt auch super. Wenn sich eine Ecke schon etwas gelöst hat und das Panzerglas auf jeden Fall noch besser als bei mir ausschaut, dann können wir dieses einfach mal nehmen und noch langsam weiter abziehen. Bei mir ist jetzt aber das Problem, dass natürlich hier schon lauter Risse drinnen sind, weswegen ich jetzt nur solche kleinen Teile hier mit abreißen würde. Weswegen ich einfach weiterhin meinen Zahnstocher hier verwende und einmal schaue, dass ich immer mehr Luft unter diese Schicht bekomme. Natürlich bricht das Glas auch etwas, doch das ist in meinem Fall ja jetzt sowieso schon egal. Ich habe jetzt überall Luft darunter bekommen, weswegen ich jetzt auch schon das ganze Glas hier sauber abnehmen kann. Und somit haben wir auch schon das alte Panzerglas von meinem Handy hier richtig entfernt und der Touchscreen musste darunter auf gar keinen Fall leiden. Wenn du dir jetzt ein neues Panzerglas oder auch eine neue Schutzhülle hier außenrum für dein Handy für den optimalen Schutz zulegen möchtest, egal für welches Handymodell, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellung zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäfthilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020